Super Jungs! Schöne Hindernisparcours habt ihr da? Ein wenig Material bekommen, oder? War noch Spass, Grufe. Nein, aber ernsthaft? Bist du immer noch der Paddy? Bist du nicht ein bisschen alt? Einmal Padfinder, immer Padfinder. Vielleicht für die einen der Leute. Ich wäre damals schon als Kind ausgestiegen, wenn mich meine Eltern nicht dazu zwungen hätten, ins Lager zu gehen. Es waren immer noch Weicheier dabei. Nicht für ungut, Grufe, gell? Du, schläfst aber nicht bei den Kindern im Zelt, gell? Noch Spass, Grufe, Spass! Drongo! Drongo! Drongo, es wird nicht beschissen! Komm, zurück an den Anfang! So eng müsst ihr es jetzt auch wieder nicht nehmen. Doch, wir machen Sachen bei uns richtig. Und wir bleiben fair. Fair? Das Leben ist auch nicht fair. Philipp macht das schon gut, wenn er sich nicht durchboxt. Gut gemacht, Philipp! Weiter so! Kein Wunder ist, wie er ist. Hast du etwas gesagt? Ich habe nichts gesagt. Ich habe gemeint, hättest du etwas gesagt. Nein, ich habe nichts gesagt. Ich habe gemeint, hättest du gesagt, wenn ich meinen Buben erziehen soll. Ja, wenn er zu Hause ein bisschen Anstand gelehrt hätte, dann würde er jetzt nicht alle da das Lager versauen. Vielleicht. Sollten die Kinder da mal lernen sich ein wenig wehren. Grufele! Hm? Du Stefan, das ist ja wirklich fertig. Ja. Hä? Komm. Komm. Hä? Komm. Wer die Grufele? So regeln wir das nicht. Schon vergessen. So regeln wir das. So regeln wir das. So regeln wir das nicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020